Das ist das dünnste Smartphone der Welt, das Xiaomi Mix Fold 2. Ich muss ja sagen, ich liebe die Mix Smartphones von Xiaomi und freue mich hier über das zweite Foldable des Herstellers, was jetzt 5,4 Millimeter in der Dicke nun ist. Das gilt tatsächlich nur, wenn man das Kameragehäuse da ein bisschen bei rausrechnet, aber es ist trotzdem schon mega beeindruckend. Auch im eingeklappten Zustand ist es ziemlich dünn, mit 11,2 Millimeter ist es gerade mal so groß wie ein iPhone 13 Pro mit Case. Das liegt hier an dem verbesserten Scharnier. Außen hat man ein 6,56 Zoll OLED Display mit 120 Hertz und im Inneren sogar ein 8,02 Zoll OLED Display mit 120 Hertz LTP.